einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen video bitte verzeiht mir ich habe vergessen gestern wollte ich eigentlich euch einen gewinner präsentieren zur übox ich war so mit meinem intro beschäftigt und dem zu hause rumlaufen in unterwäsche dass ich es einfach irgendwie vergessen habe aber besser später als nie hier nochmal der gewinner zur übox weihnachtsspezial vielen dank auf jeden fall für die rege teilnahme und die würde ich dann versenden an flori moment ich muss noch mal ganz kurz nachgucken flori 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 62 72 ich blende es auch noch mal ein bitte melde dich bei mir schreibst mir eine e mail an fisch-verliebt.de oder du schreibst mir beispielsweise bei instagram freut mich sehr dann schicke ich dir die box in jedem fall gerne zu so türchen nummer sieben das muss erst mal ganz kurz das ordnen das ist nämlich falsch hier das kann ja gar nicht sein so was machen wir zuerst wir machen erst raubfisch wir machen erst den raubfisch kalender da hatten wir gestern ein schönes kopf sortiment türchen nummer sieben riesengroß hier an der seite moment da ist es türchen nummer sieben mal schauen und da haben wir das ist ja geil aus da haben wir ein badger drin ich würde mal sagen das ist eine sonderverpackung oder hängen die auch so im laden könnte auch sein dass sie vielleicht zum laden hängen besteht jetzt natürlich alles ein bisschen ihr habt gesagt es stört euch nicht deswegen lasse ich die kalender jetzt draußen und spare mir mal das ins haus geschleppe und dann zum drehen wieder raus gar nicht so einfach bei zehn kalendern jedenfalls haben wir hier den badger in der findet nemo anemonen fisch sonderfarbe findet nemo rettet die wale farbe nennt sich ak 23 adventskalender 23 höchstwahrscheinlich der badger in 19 zentimetern ja farbe steht jetzt nicht drauf wir nennen die einfach nemo oder also dies sowas von nemo die farbe 45 gramm wiegt das gute stück erstes 19 zentimeter lang und ein stück ist enthalten so der badger packen wir den aus muss man ja auspacken eigentlich nicht oder löwe packen wir nicht aus ich steige ich habe kurz mit nähe uv lampe auf jeden fall hier vor aktiv richtig cool finde ich richtig richtig toll sieht auch ein bisschen aus wie diese komische schlange von der ich immer nicht weiß ob die giftig ist die spielt doch bei jurassic park 2 glaube ich eine rolle naja kennt er wahrscheinlich gar nicht so adventskalender waller da habe ich auch immer für euch ein kleines update es war mir jeden tag jetzt einfach zu unangenehm ich habe jetzt nachgefragt habt ihr vielleicht für mich mal eine liste mit den sachen die im kalender sind dann kann ich den tag wenn ich drehe nachschauen was es denn alles was es ist und wofür es ist und das hat mir zeckfreundlicherweise zur verfügung gestellt also da ist die überraschung jetzt für mich nicht ganz so groß aber es ist mir trotzdem wichtig dass ich nicht in jedem video hier wieder letzte hörni rüberkomme und deswegen weiß ich das hier heute das stimmt meine liste nicht ist heute nicht die sieben das ist ja ein bisschen wild okay auf jeden fall sind das hier voll die überraschung also da muss ich gleich noch mal gucken aber es sind auf jeden fall in diesem fall ist jetzt twist lock snaps also snaps zum einhängen von vorfach material würde ich jetzt nur sagen das muss ich jetzt wirklich wieder raten ich glaube meine liste ist falsch oder ich habe den falschen tag geguckt also wenn das produkt dann irgendwann kommt dann kann ich auf jeden fall was darüber erzählen jemals haben wir hier 72 kilogramm tragende vier stück in der packung enthaltene twist lock snaps im weltskalender ja okay dann vielen dank auf jeden fall fürs zusehen herzlichen glückwunsch an flori 62 72 oder irgendwie so den gewinner schreibt mir bitte und dann sehen wir uns später wieder was gut bis dann bei ihr lami